Dieser Blöster Schau mal, da schwimmen kleine Fische. Mai ist raus, das ist verjogt. Wie ist das eigentlich bei den Fischen? Kümmern sich da die Eltern um den Nachwuchs? Wir treffen doch heute den Michael Rieger, der ist Vorsitzender vom Kreisfischereiferein Dingolfing. Den fragen wir, der weiß das bestimmt. Herr Rieger, was macht eigentlich ein Fischereiferein? Wir fangen nicht nur Fische, sondern wir bewirtschaften das Gewässer. Das heißt, wir setzen viele Fische ein, weil die gar keine Möglichkeit mehr haben, so abzulauchen, wie es die Natur vorsieht. Und was setzen Sie rein? Also wir besetzen nicht nur Fische, die man mit der Angel fangen kann, sondern auch Kleinfische und alles Mögliche, weil wir die Arten erhalten wollen. In jedem Jahr für 120.000 Euro. Und nur ein Bruchteil davon fangen wir raus. Die neue Isar mit den flachen Ufern findet Herr Rieger gut. Es schaut toll aus, bewirkt auch sehr viel für die Fische. Wir haben jetzt da hier die Flachwasserzonen, wo sich die kleinen Fische aufhalten können. Die Laichen ab, vermehren sich. Wir setzen zusätzlich noch Fische ein. Woher weiß man dann, wie viel man einsetzen muss? Wir müssen das beantragen. Das wird geprüft über die Fangenlisten und dann wird der Besatz festgelegt. Ist die Isar dann jetzt sowas wie ein Wildfluss? Eher nicht der Grund? Die richtigen Kiesbänke, wie sie eigentlich in der Isar sein sollten, kippt es nicht mehr. Der Kies wird aufgehalten durch die Staustufen. Sind die Staustufen auch für die Fische gefährlich? Früher sind die Fische auch hochgezogen zum Laichen. Zum Beispiel die Nase. Das war ein Fisch, der in der Donau lebt. Und der ist zum Ablaichen in die Isar und in die Nebenflüsse gezogen. Und jetzt durch die Staustufen ist dieser Zug entbunden, abgeschnitten worden. Und jetzt gibt es nicht mehr sehr viele. Und wir besetzen die aber. Welche Fischarten leben hier bei uns? Das haben wir doch in der Schule gelernt. Irgendwas mit B, glaube ich. Die Gewässer bei uns werden eingeteilt in die sogenannte Leitfischbereiche. Also der Fisch, der sich da am wohlsten fühlt, der gibt es vor. Also zum Beispiel bei der Isar, ganz oben im Gebirge, wo sie anfängt, das ist die Forellenregion. Dann, wenn die Isar schon ein bisschen breiter wird, da kommt als nächstes die Eschenregion. Die Esche ist auch ein Fisch, die kaltes Wasser, sauerstoffreiches Wasser braucht. Dann kommt als drittes die Barbenregion. Das hier ist jetzt Barbenregion. Allerdings, und das ist jetzt das Gemischte, die letzte Region ist die Praxenregion. Die Praxen ist ein Weißfisch, der einen schlammigen Grund braucht. Eigentlich am besten fast stehendes Wasser. Und hier in die Stauseen, die wir natürlich haben, das ist dann schon praktisch Praxenregion. Und bei uns ist es gemischt. Und dann leben natürlich, wie gesagt, noch Zander, Karpfen, Hechte. Also eine bunte Vielfalt. B-B-Bach-Voreller gibt es auch. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und Waller. Und wo angelt man die größten Fische? Der beste Platz ist immer da, wo Buchten sind, wo Untiefen da sind. Ihr seht es ja auch, hier jetzt die Bäume, die da drin sind. Die sind also auch nicht natürlich hier, sondern die sind wirklich bei der Renaturierung. Hier befestigt worden, dient den Kleinfischen als Versteck. Ah, die Kleine haben wir mir gesehen. Wenn man sich vorstellt, ein Karpfen in der Größe liegt ungefähr eine Million Eier. Und von diesen einer Million Eiern kommen vielleicht zwei oder drei in das Alter, das sie überleben. Was ist eigentlich so toll am Angeln? Angeln macht Spaß. Mancher glaubt, Angeln ist langweilig. Das stimmt auch, aber das ist genau das Schöne, dass man einfach sagt, die kann man mal entspannen. Also man sieht die Natur. Und wenn man dann auch noch einen guten Fisch fängt, dann ist es noch schöner. Und das ist noch nicht so toll. Untertitelung des ZDF, 2020